Wir sind mit Omaha. Omaha ist die Schwester von Juno, die wir von der Todinstruktion gerettet haben. Sie ist erst sechs Monate alt, super lieb. München betrugen sehr gut mit anderen Hohen, verspielt und niedlich. Die zwei Schwester, jemand hat sie zur Todinstation gebracht und wir konnten sie kurz abholen und die zwei Schwester sind hier heute, schon total lieb. Hola, 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 hola.